so wie der da hat ja nicht wehgetan dann mal richtung ja ich kann ja ich sehe gerade ich kann ja markieren könnte man ja kann ich das nicht mehr kannst du nicht na ja egal und ich stehe auf platz 30 das ist ja mal eine ehre ich will gar nicht wissen wo ich stehe ja du stehst über mir 29 ja rockst du bist ziemlich leise ja aber ich werde wieder erschlossen jetzt ja jetzt ist ja jetzt ist wieder da musst du ja was bei skype einstellen wo ich wurde wiederbelebt wie schön ist das denn waffe wechseln mal gucken ja die sind natürlich jetzt hier holen sie halten ja das möchten wir aber leider nicht vielleicht wo aber es nicht überhaupt jetzt halten könnte es noch mal hier zur verstärkung hingehen ja man überfahren ist doch bescheiß panser ja verkehrt bin ich am anfang gespawst so einmal hingeschossen ach ein feindlicher sniper und er sagt ist und der sniper trifft die auch glaubt schon ich war nicht mal ein sniper ich wurde wiederbelebt schön dann gleich mal hier weg 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 ich will mich verstecken muss ja erstmal meine waffe wechseln ein panzer ist da wieder das sieht doch aus wie nein nicht dass er das muss der panzer ich will den panzer auch haben mit meinem jahri so sind es einer auf dem berg aber er visierten einfach nie an bewegt er sich so schnell oder was jeder steht aber kann muss wahrscheinlich zu weit weg darum jetzt kann ich jetzt kann ich jetzt kann ich nach scheiße weil ich als decke im weg noch mal ja ich habe mir noch markiert so jetzt hier kriegst du ja ich habe ihn wer schießt welcher panzer ich gehe mal hier ein stück zurück ach es war mein fehler außer deckung gegangen und der panzer der steht gleich vorne ein hunderter premium panzer so wo ist denn ich werde mal hier zu dir kommen ja pass auf da ist zum panzer ach da ja ich sehe ja warum kann ich den scheiß nicht hier hast du hey hast du jetzt ach man erlebt noch die halten übel aus die premium panzer ja aber ich habe keinen punkte dafür bekommen ich auch nicht obwohl ich eine rakete drauf geschossen ja ich auch was für ein mist aber da hinten ist noch ist noch ein panzer ja da kommt er den gleich holen kann man schon anvisieren ja ja man kann ihn aber nicht so gut der schießt schon auf uns ja ich sehe ja scheiße scheiße das ist er weg ach jetzt hat der andere panzer mich oh drei panzer haben die jetzt schon da oh shit mein b3 ist abgestürzt dann war wieder geil so ein scheiß naja tust du dir einfach wieder zu ja so ah ich hatte hier gerade ein ziel angezeigt ich will diese panzer haben wo ist hier los es geht hier ab das war jetzt richtig mächtig du bist erst in der Warteschlange da ist noch etwas muss man sie aufgestiegen ja man ich muss wieder warten 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 so mal bei die toben lassen was haben wir hier auch jetzt ach so das ist jetzt hier die mit den mit den großen karten ja also mit fünf insgesamt das ist ja sehr schön wenn wir mal hier gucken hier ist unser panzer da oben ist da oben ist ein kleines panzer kann ich den von hier aus schon ne ich glaube nicht ne da ist die reicht heute nicht weiter 1000 dach hier auch nicht äh mal wieder zur Waffe wechseln ja kann man hier das wegschnitzeln ne natürlich nicht wie immer muss ich außen rumlaufen ach Leute hört auf lasst mich jetzt hier hoch scheiß Sniper das geht mir echt auf den Sack ey laufend hörst du es bloß zisch zisch und triff triff boah ich hab ein Service da gekriegt 10.000er warum auch immer weil ich mich jetzt hier in die licht hab oder weil ich über die Sniper gemeckert hab boah weil ich jetzt gestorben bin jetzt weiß es oh jemand tut mich bei skype äh an äh an von Sven ja leider geht es nicht wenn ich mit einer Aufnahme bin tut mir leid oh ein Hubschrauber ich will ich will ich will ja ich kann auch noch den äh mal sehen wie lange ich überlebe hier diese Katzpanzer ey kann ich auch mal schön hoch fliegen jetzt mach ich mal Sturzflug hier Jut Jungs ist schon wieder drin boah und das war es auch schon wieder mit dem Hubschrauber naja möchte ja gar nicht wissen wer mich abgeschossen hat never wer da im Video sehen so ich werde mal hier in Blackies Panzer gehen und ich hoffe ich schätze mal das wird der Hüpfer sein und ich hoffe mal dass er bald aufhört oder das ist einer von äh ich weiß nicht kann natürlich auch sein dass es Stormy ist bis zur Zeit schon wann und ich habe schon halb sieben ja könnte sein wer weiß der nervt doch auch ziemlich oh hier schießt einer mit hier vorne aneke hey Heli ach da ist er ich hasse es wenn ihr meinen Heli klauen oh wer immer auch den äh jetzt hat er auch gelegt wer auch immer den Panzer trägt da ist nicht schlecht ich kann ja gar nichts machen hier wirst du im Panzer ich bin ja nur der der hier markiert oder so ist voll langweilig oh hier pass auf die Szene alter ich hab kann so schnell gar nicht drehen ja oh das ist also sie wollen unbedingt die haben hier hab ich den Eindruck yeah oh der Panzer hat nur noch 44 hab ich nicht so ein Heiler mit dem Fahrzeug Heiler ich hab so ein Heiler mal reparieren hier schnell ich mach das so repariert und wieder drinnen der ist wieder heil da vorne ist noch einer du bist der Fahrer steck mal wieder aus und ne ich sitze hier an dem markierding du warst grad der Fahrer jetzt nicht mehr kommt ich will euch reparieren ja jetzt haben sie sich weggeschlossen wenn ihr weggefahren seid oh ja aber ich war ja nämlich leid ja genau mich tut immer noch jemand für Skype ja guck mal ich werde von der Buggy überfahren halt so ein Scheiß so ich bin aber wieder im Panzer jetzt und markiere alles kann auch auf Nachtsicht machen dann sieht es schwarz weiß aus und alles leuchtet zu komisch ja kannst du auch machen guck mal was sieht so cool aus das ist dein das ist ein Panzer ich markier ihn so war das was gebracht jetzt ja ein Kierk mit einem Punkt in der Mitte ja für uns liegt man nicht dass ich dich da rauf schießen kann naja dafür müsst ihr ja 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 das heißt aber es ist ein Haufen kleine Feinde ja fmg naja schießt ja er schießt mit seiner Maschine auf dem Panzer aber soll er machen er kann er auch nicht ne ha 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 bei ha 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 gar nicht oder ein zu klein geschützter der er ja da auf dem berg gerade zu sehen da er sollte eigentlich ein von hause auf dem berg hier geradezu war steht da ist er wer weiß werden kann er nicht schneller nicht durch die metalltüren nicht durch die metalltüren hier der jetzt wohin fahren gerade zu deutschland da sehen da läuft hat da oben da oben kann oder muss ich aussteigen reparieren aber da müsste er stehen bleiben schilder panzer das war gerade so rausgekommen aber jetzt hat sich gesprengt ja wieder der scheiß hunderter ja der hunderter premium aller premiums und ich wurde wiederbelebt ja obwohl der hunderter panzer hier ist ich hab dich wieder oh nein weg ich flüchte ich überlebe ich überlebe und ich renne hier weg weil es kein spaß macht aber ich könnte warte mal kann ich den vielleicht moment ja du kannst ihn ja ja du kannst ihn ich werde dir auch dabei helfen ich habe schon mal hinter dir ich vergesse immer dass die raketen wird mir dabei habe daniel daniel guck mal naja ich werde jetzt ihn wird nochmal so je ergegner eliminiert ich habe hier jetzt kein järglin oder so dabei oder ist und so noch zum panzer wo da oben da na kein panzer war eine granate wir haben auch keine punkte gekriegt obwohl ich eine rakete reingesetzte ich habe 25 punkte bekommen 29 grad viel war ja aber ja immerhin etwas ist nur halt hilfe aber bekommen oder nicht bekommen besser als nix so dabei habe ich den nächsten panzer schon wieder und ist hier vorne oder ist auch vorne nein 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 hier freundchen mit mir spielst du nicht schade muss ich dann waren ihr les ausgestiegene pass auf die ist ausgestiegen einer ist ausgestiegen und der läuft so und repariert der repariert ja klar ihn mal wie ein auf die fresse und er ist ja die volle flutzeile oder da ist davon noch ein panzer bergherr ist man da ist ein fahrzeug der lässt sich locker weiß bergherr ist schon erstaunlich es ist ein überlebender scheiße ich bin weg die ist daneben gegangen weil er dampf gemacht jetzt schießt er aber trotzdem auch nicht wie kannst du es wagen schade dass die raketen hier nicht verwenden kann die hier stehen ja die werden doch geil oder der bei skype also recht wer ist das normalerweise also normalerweise der häpfer versucht nicht so oft und stormy eigentlich auch nicht aber wer kann dachten sagen dass er sich so stockt ein cooler tom oder vielleicht auch nicht keine ahnung ich weiß es nicht ich werde es nachher sehen ja du kannst auch schöne größe von mir ja vielleicht haben sie gesehen hast du mit uns spielst und jetzt hat er wieder aufgelegt derjenige hier ist ein feind und wenn ich weiß da ist ein feind da ist ein feind ja oder ich glaube ja hilfe bei kill geil ich habe mir hatte da oben ist einer denkt man ich habe ihn eliminiert hat er ihm die falschen hose angehabt so jetzt soll ich mich mal hier hinlegen ganz geschmeidig und ihr passt mal schön auf knutschen so sind ja genug jungs sehr schön da ist einer 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 hier 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 da hinten ist auch einer ich glaube schon das macht wieder wenn es einer war dann ist er jetzt glaube ich eliminiert ja der hubschrauber 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 nicht nett ach hast du ja Glück gehabt hubschrauber ich hätte dich anvisieren können da oben ist immer nur einer Jungs ich bin ja im Gefahrbereich und spinnt dort ja auch von wo kommt der denn jetzt ja ich meine Elite 9 h h h h h h h es ist ich habe eine h schieffern ich will hier belegt und geschüttel Kumpel fixenbiend nachher ohne Bräuse wo ich will die Bräuse wird für mich in den Platz haben und wie sie an den wenigsten Arsch geschoben ne lieber nicht es ist zu schwul das nicht nichts gegen Schwule zu so was macht das da zu viel das können die Unterricht machen das ist es ja aber das denn kommt doch mal einer mit dem Panzer hier ja mich haben kann verlegt das war meine dicker auch und mich ist neuer doch hat sagen aber extra mit die gewurte ausgeholt oder mein dickes Rohr nachdem wieder der 70er alter ja bei mir was ist ganz normal wo ich wiederbelebt wäre aber clever mal hier weg zu gehen Josch mal kurz hinter dem Panzer hier aber da hinten sind die Panzer ist einfach bei beim EU-Bahn das Herzstück alter den Scheiß ja jetzt hat der Panzer dahin geschossen prima ich hoffe der hat den getroffen ist ja nicht auszuhalten mit der boah hier unten sind noch Haugenfeinde ja aber da sprang einer man diese scheiß Sniper man ja schon wieder sieh den doch ach da oben ist eher gewesen da kommt ein Jeep da kommt ein Jeep Junge ich bin ich glaube ich ich überlebe nicht mehr lange hier und ich bin tot er werde der 70er alter aber ich habe keine Munition mehr seit wann das dann ist immer noch nie passiert du brauchst keine Munition und nur meiner naja jetzt habe ich wieder Munition gestorben es gibt noch eine Waffe geklappt wow wow war an euch mal wieder beliebt ich habe keine Munition mehr was soll denn das das sage ich natürlich wieder ja hier Medipack hier ganz armen ja das ist keine Munition doch dann das gibt die Munition in der Nähe das ist so ein Wies wo aber das war der Wettbewerb so was oder er hat er gehen jetzt bitte nicht wieder mein hier den einen und ich will auch um die Linie ich wollte doch nur zu dem heli drin gewesen ja ich bin im heli aber als zweitgleich stamm oder ich habe das leben im heli weil ich kann mich nur nicht bei dir trocken lassen aber okay dann machen wir jetzt hier ein auf den welchen ich habe ihn getroffen trotz seiner abwehrraketen das war jetzt schön meine rakete die pflicht in den Himmel rein und jetzt ist er weg na gut konnte man hier nicht auf den auf das haus hier auf dem dach klettern bei e nee konnte man nicht warte mal ich meine hier hinten war eine leiterung wo da gibt es so ein backen aber ich weiß ja ich kann aber nee komme ich nicht hoch dass man kann da hoch man kann da hoch ohne falsch immer weil ich weiß ja dann später zeigen immer noch naja ich wollte jeden spieler ist ist da so ein back wie man da hochkommt ich wollte jetzt nur da kann man schön streiten dass ich besser den kanzler forst akzeptieren müssen wir ach es ist schon vorbei joker so und die aufnahmen auch damit ja dann würde ich sagen auch 20 sage ich mich noch hoch geruppelt ja geht ja oder auch nicht ich weiß nicht aber das ist mir auch egal ja auf jeden fall weiß ich dass ich ein zehntausender stings stern gekriegt also damit 12.340 ja schick so ich bin dann erst mal weg ja die aufnahme wenn ich hiermit und sage damit auf wiedersehen bis zum nächsten mal und hier kommt roger hoch rein